Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Im letzten Part haben wir mit den Ereignissen nach Abschluss der Hauptgeschichte angefangen. Wir haben, glaube ich, vier Aufträge gemacht. Ich meine, es waren vier. Unter anderem den von Moritz, deswegen haben wir die ganzen Evoli-Entwicklungen gerade bei uns. Ich finde, das sieht so toll aus, aber leider nicht mehr lange. Und wir fangen heute an direkt mit dem Auftrag von Volara. Und nach diesem Auftrag werden die ganzen Evoli-Entwicklungen auch schon wieder weg sein, leider. Svenja, hast du einen Moment Zeit? Mein Partner ist seit einiger Zeit so niedergeschlagen. Au, bitte komm jetzt nicht auf dumme Gedanken. Wenn ich von meinem Partner spreche, meine ich meinen Staraptor. Während Operation Lumino hat es eine volle Breitseite von der unglaublichen Maschine abbekommen. Dabei wurden seine Flügel verletzt. Seine Wunden sind komplett verheilt, aber das Trauma steckt noch immer tief. Ich glaube, es hat das Vertrauen in seine Flugkünste eingeblüßt. Ich möchte seine Wildheit neu empfachen. Ich möchte, dass es wilde Staraptor sieht. Ich glaube, dass ihm der Anblick wilder Staraptor wieder Mut geben wird, in die Lüfte aufzusteigen. Wenn möglich, würde ich gern inklusive ihm eine Schar von sieben zusammenstellen. Ich muss bleiben und mich um es kümmern. Darf ich dich also um diesen Gefallen bitten? Ich möchte, dass du mir sechs wilde Staraptor herbringst. Okay. Du willst mir helfen? Dann hast du den Job. Sehr schön. So. Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal hier an. Da haben wir schon das Erste. Ich werde hier nicht schneiden, weil Staraptor kriegt man wesentlich einfacher als die Evoli-Entwicklung. Denn Staraptor gibt es ja quasi an jeder Ecke. Klar, wir werden ein bisschen laufen müssen, aber ja, eigentlich sollte das recht fix gehen. So. Sechs Stück. Eins, dann zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Ich mache es mal so. Okay, es tut mir in der Seele weh, die frei zu lassen. Eins, zwei, drei, vier. Ich hätte eins mehr frei. Hätte ich mir auch denken können, ne? Also, bei sieben Plätzen im Team. Egal. Reden wir nicht über meine Mathematikkünste. Ich war gerade irgendwie mit dem Gedanken woanders. Ich habe einfach auf die Pokémon drauf getippt. Das nächste Staraptor, ich habe mir ja wie gesagt eine kleine Liste gemacht, gibt es im Altropark. Und das wollen wir uns auch holen. Natürlich darf ich jetzt auch den ganzen Weg laufen, weil das bringt ja nicht wirklich viel, mich jetzt rumfliegen zu lassen, weil ich brauche die Staraptor ja alle. Ich könnte mich höchstens auf einen Dodo setzen, aber ich laufe einfach mal ganz entspannt. Für heute habe ich mir wieder ganz, ganz viele Aufträge vorgenommen. Ich glaube, auf meiner Liste stehen sechs Stück. Klingt im ersten Moment recht viel. Ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man bedenkt, dass manche Aufträge wirklich sehr kurz sind. Also ich glaube, das hier ist noch so mit der längste. Dementsprechend. Also ich denke wirklich, der, in Anführungszeichen, schlimmste Auftrag im Spiel ist der von Moritz. Weil man einfach gleich sieben Pokémon auf einmal fangen muss. Und man hat ja eben nur sieben Plätze im Team. Und dementsprechend muss man wirklich gucken, in welcher Reihenfolge man das macht. Ich meine, letztendlich, man kann immer laufen zurück. So wie ich bin jetzt zum Schluss auch, ich habe Blitzer zum Schluss gefangen. Ich bin dann von der Haruba-Wüste nach Havelbrück gefahren und dann eben gelaufen. Also man kommt immer wieder zurück. Man sollte sich aber trotzdem so ein bisschen die Reihenfolge überlegen. So. Hallöchen. Es ist nicht so einfach mit den Evoli-Entwicklungen. Das ist ganz schön anstrengend. Vor allen Dingen, ich habe euch ja die Fangversuche gezeigt. Aber so wie zum Beispiel Psyana ist ganz tief im Hypotherus-Tempel drin. Und zwar kurz vor der Gelb-Gammer. Das heißt, man muss da wirklich nochmal komplett durchlaufen zum Beispiel. Und sowas ist halt doch recht nervig. Da war ein Haar an meinem Touchpen. Das kann ich gar nicht haben. So. Mir sollte es auch noch mehr Staraptor geben. Wenn ich mich recht erinnere. Das war jetzt das von der Kroma-Straße. Im Kroma-Hochland sollte es auch noch zwei Stück geben. Ich entschuldige mich dafür, dass ich mir das hier so aufschreibe. Aber ich denke einfach, das ist angenehmer, wenn ich ungefähr weiß, wo ich hin muss, als wenn ich hier immer stehe und dann, hm, wo laufe ich jetzt hin? Dann stehe ich fünf Minuten irgendwo in der Gegend rum und überlege, wo ich hin muss. Ich habe mir jetzt auch nicht genau aufgeschrieben, wo ich genau hin muss. Also auf meiner Liste steht jetzt zum Beispiel Part 54. Und dann steht da als erstes Volara. Und daneben steht dann Hauptquartier, Altru-Park, Kroma-Straße, Kroma-Hochland mal zwei und sowas halt. Nicht hier einmal rumlaufen. Das stand eben bei den Evoli-Entwicklungen auch grobe dabei. Zum Beispiel so Psyaner, Hippotherus-Tempel, Flamara, Brodel-Vulkan, sowas halt. Dass ich ungefähr weiß, wo ich hin muss und welche Aufträge ich vor allen Dingen machen möchte. Aber bei 21 Stück sollte man sich schon überlegen, was man wann macht und nicht einfach... Ich meine, man kann natürlich auch irgendwo anfangen und dann einfach so ein bisschen durch die Weltgeschichte laufen und gucken, wer einem so über den Weg läuft. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist mir so ein bisschen unkoordiniert. Ich habe mir das jetzt für den letzten Part gemacht und für diesen Part. Und wenn ich dann hier fertig bin, dann mache ich das halt für die nächsten Parts auch noch. Ansonsten habe ich hier zum Beispiel so etwas stehen wie Altru-Park, Mädchen. Und dann da irgendein Schlagwort neben, damit ich weiß, worum es in dem Auftrag geht. Aber mehr habe ich da echt nicht stehen. Eine kleine Stichwortliste kann, glaube ich, auch nicht schaden. Ich bin ja sowieso jemand, ich plane immer ganz gern. Ich mag das nicht einfach so drauf los. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass ich jeden Schritt kleinlichst geplant habe. Aber ich habe es lieber schon so ein bisschen ordentlich. Wie viele Staraptor habe ich jetzt eigentlich? Oh, das sind ja schon fünf Stück. Das ist schön, dann brauche ich noch eins. Würde ich sagen, da gehe ich mal Richtung Briseforst. Klingt nach einem Plan. Also ihr seht, dieser Auftrag geht eigentlich recht schnell, weil Staraptor gibt es hier überall. Ist höchstens ein bisschen anstrengend, dass man immer laufen muss. Was ich aber nicht zwingend schlimm finde. Also ich muss dazu sagen, mir macht es nicht jetzt aus, bei Aufträgen zu laufen. Weil ich doch finde, dass das zum Leben eines Rangers dazugehört. Dass man nicht von A nach B teleportiert werden kann. Aber wenn man wirklich viele Aufträge auf einmal macht, so wie ich jetzt, dann ist es auf Dauer ein bisschen stressig. Weil man dann wirklich schon überall irgendwann war. Ich hatte auch erst überlegt, das so zu machen. Das hatte ich auch ursprünglich so geplant. Dass ich ein Part mit Aufträgen vorbringe. So wie den letzten. Dass ich dann zum Beispiel heute ein bisschen was am Verzeichnis mache. Das will ich ja auch noch komplett füllen. Und dass ich dann im nächsten Tag zum Beispiel wieder Aufträge mache. Immer so im Wechsel halt. So, hi. Finde ich prinzipiell, glaube ich, auch besser, als jetzt alle Aufträge am Stück zu machen. Allerdings ist es einfach so, dass man bei vielen Aufträgen seltene Pokémon fangen muss. Wie zum Beispiel das Roserade im letzten Part. Nehmen wir das mal als Beispiel. Und ich fände es dann einfach ein bisschen, wie das aussieht, ein bisschen doof. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Verzeichnis fülle und extra dahin schwimme, das Roserade fange. Um dann festzustellen, ein, zwei Part später, oh, das hättest du im Rahmen des Auftrags sowieso fangen müssen. Hättest du jetzt nicht extra, hi, extra noch vorher hinschwimmen müssen. Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen doof. Und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht vorher eine Liste durchgehen von jedem Auftrag. Und mir aufschreiben, welche Pokémon ich da fangen kann. Das finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen doof. Und ich weiß es auch nicht auswendig. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich mache erstmal soweit alle Aufträge. Vielleicht lasse ich ein, zwei Aufträge offen, wenn es jetzt vom Zeitlichen her nicht passt. Und mache dann eben das Verzeichnis voll. Ich denke, das ist ganz okay so. Ich meine, ich bin mir da selbst noch nicht so ganz schlüssig. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie viele Aufträge ich so schaffe. Heute und im nächsten Part. Und ich denke, den übernächsten Part werde ich auch noch brauchen dafür. Und dann werde ich anfangen mit dem Verzeichnis. Ich meine, wenn dann noch ein, zwei Aufträge ausstehen, weil ich die einfach zeitlich nicht gepackt habe. Gut, da kann ich ja dann nachgucken, ob ich da dann irgendwas doppelt fangen würde. Aber vorweg wirklich zu gucken und abzugleichen, das ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Aufwand. Ich hoffe, das kann man irgendwie verstehen. Und ansonsten versuche ich natürlich diese Parts mit den Aufträgen irgendwie halbwegs gut rumzukriegen und zu füllen. Weil es doch, also mir macht es persönlich Spaß. Dementsprechend. Hi. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt, aber es sollten sechs Stück sein. Sieht so aus, meine Güte. Danke, das war sicher anstrengend. Sehen wir mal, ob es funktioniert. Bitte, Staraptor. Zeig meinem Pokémon, wie es ist zu fliegen. Ja, das ist es. Mein Pokémon erinnert sich daran, wie es ist zu fliegen. Genauso wird es gemacht, Staraptor. No. Mein Staraptor wird mir keinen Kummer mehr bereiten. Danke, Svenja. Wir beide schulden dir etwas. Immer wieder gerne. Ach, sind die jetzt alle weg? Oder wie? Schade. Wäre ganz praktisch gewesen. Hätte ich mir längere Zeit keines mehr fangen müssen. So, was gibt es denn für diesen Auftrag? Flugabwehr. So ganz spontan? Nein. Gut. Hätte aber irgendwie auch gepasst. Was ist denn das? Verstärkt Funkon-Power, wenn Energie in den gelben Bereich kommt. Ah, genau. Wir hatten ja, glaube ich, schon den orangefarbenen Bereich. Das ist jetzt der gelbe Bereich. Da möchte ich mich aber ehrlich gesagt auch nicht so oft aufhalten. Ähm. Ist hier jetzt gar keins gerade? Okay, dann laufe ich. Habe ich schon verstanden. Jeder Gang macht schlank und so, ne? Jaja, Spiel. Du mich auch. Ähm, unser nächstes Ziel ist der Altru-Park. Wir haben das Mädchen auch schon gesehen mit dem Ausrufezeichen über den Kopf. Gerade im Vorbeigehen. Ähm, die hat auch noch einen ganz schönen Auftrag für uns. Wie ich finde. Also generell, es gibt so Aufträge wie eben die von Moritz, wo man wirklich verzweifelt, weil die so extrem aufwendig sind. Also ihr habt jetzt ja nicht so viel davon gesehen, aber ich saß ja wirklich eine halbe Stunde. Und das ist teilweise so ein bisschen deprimierend. Dann gibt's so mittlere Aufträge wie jetzt zum Beispiel äh, der von Volara. Ähm, und dann gibt's auch so Aufträge, wo man sich denkt, okay, war das jetzt ernsthaft schon alles? Also, alles querbeet. Und das finde ich auch gut so. Hi. Gelegentlich fliegt ein weißes Pokémon um die Spitze des Altro-Turms herum. Ich habe meiner Großmutter davon erzählt. Sie hat mir gesagt, das wäre das weiße Pokémon des Friedens. Ranger, ich möchte wissen, welches das Pokémon ist. wirst du für mich herausfinden, welches es ist? Klar. Danke. Ich habe es vor kurzem noch gesehen. Es flog um die Turmspitze. Das sind auch so Aufträge, die ich so ein bisschen mies finde, wenn man dann nämlich komplett diesen Turm wieder hochlatschen muss. Gott sei Dank. Ähm, kann man aber so ein kleines Stückchen hochfliegen. Das ist immer so fies. Da gibt es noch andere Aufträge, wo man wirklich ein komplettes Gebiet nochmal komplett durchqueren muss. Für einen Auftrag. Und das ist ähm, immer so ein bisschen komisch, weil man diese Gebiete ja schon mal genauestens erforscht hat. Und da muss man nochmal im Schnelldurchlauf da durchlaufen. Das ist immer so ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, wenn man sich dann verläuft. Das ist immer wieder schön. Passiert mir natürlich nie. Also mein Orientierungssinn ist natürlich Spitzenklasse oder so. Also bis hier können wir zumindest fliegen. Ich finde es irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig, dass wir jetzt einfach so in den Turm rein spazieren können. Nach diesem epischen Finale. Hier habe ich im letzten Part auch Amphi gefangen. Falls ihr euch erinnert. Ein Akkani. Naja gut. Komm. Fangen wir dich auch. Ich wollte nach dem letzten Part meinen Fankom aufladen. Fällt mir gerade so ein. Ich habe doch so gedacht, musst du daran denken, bevor du die Aufnahme startest, dass du deinen Fankom aufladen gehst. Weil ich doch so ein bisschen Schaden genommen habe. Ich bin nämlich im letzten Part im Hebocheros Tempel, als ich Psyaner fangen wollte, in ungefähr jedes Pokémon reingerannt. habe ich aber irgendwie vergessen. Aber Gott sei Dank fühlt sich der Fangkomm ja auch so langsam auf durch erfolgreiche Fangversuche. So. Hi Aquana. Hi Gardevoir. Und einmal hoch. Das wäre die Tür von Glacio. Dann haben wir hier diese Ebene, wo die schwarzen Kongigas drin standen. Und dann können wir einmal hoch. Genau. Dann war hier der Raum mit der Falle. Und dann sind wir auch schon oben angekommen. So. Der Leuchtkristall hat der Almierregion das Licht des Friedens gebracht. Er erstrahlt weiterhin in reinem Glanz. Das sieht richtig schön aus mit den drei Gämmen. Na dann. Was machst du hier? Insomnio. Der erst mal ein Nickerchen hält. Was nein, ich schlafe nicht. Ich werde Insomnio genannt. Und du? Du bist du, wenn ich mich nicht irre. Jemanden, der so besonders ist, könnte ich einen erinnerungswürdigen Fangversuch noch einmal erleben lassen. Ich muss dich allerdings warnen. Wenn dir hier bei Pokémon-Freunden helfen, werden sie danach freigelassen. Möchtest du trotzdem noch mal erleben? Möchtest du ihn trotzdem noch mal erleben? Diesen höchst erinnerungswürdigen Fang? Jetzt gerade nicht. Nein. Ja. Mach ich. Es ist irgendwie interessant, dass er hier oben steht. Aber ich möchte eigentlich das Tockekiss. Aber ich finde es ganz cool, dass wir das hier oben noch mal sehen können mit dem Kristall. So, komm her. So. Weil das ist irgendwie so, dass der Kristall da noch steht, der ehemalige Schattenkristall mit den drei Gämmen. Hui. Das ist irgendwie so ein Zeichen, dass jetzt wirklich alles gut ist. Und das finde ich ganz, ganz schön. Na toll. Äh. Dieses Pokémon ist so ein bisschen... Es wehrt sich ganz schön. Komm her. So. Wunderbar. Muss ich jetzt eigentlich wieder runterlatschen? Natürlich muss ich das. Okay. Aber wir können ja... Äh. Mal eben anders hinsetzen. Wir können ja ab einer bestimmten Etage den Fahrstuhl benutzen. Ui. Das war die falsche Richtung. Dementsprechend ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Und das ist auch das, was ich im letzten Part meinte. Wenn es wirklich nur ein Pokémon ist, was ich für den Auftrag fangen muss, dann finde ich es irgendwie auch ein bisschen doof, dann zu sagen, okay, ich schneide jetzt den Weg. Und ich denke, das kann man dann ruhig mal zeigen. Wenn es mehrere Pokémon sind, die ich fangen muss, und ich weiß, dass es wirklich ein bisschen aufwendiger ist, dann, ähm, finde ich es dann schon in Ordnung, wenn man sagt, okay, hier habt ihr die Fangversuche. Reicht. Vor allem, weil ich ja auch mittlerweile, äh, Let's Play jetzt ja auch schon eine ganze Zeit, so weiß, wie man das ganz gut darstellen kann. Also wie ich angefangen habe mit dem LP, war das alles noch so ein bisschen schwierig, ähm, mit dem Zusammenschneiden und so, was, glaube ich, auch vollkommen normal ist. Aber mittlerweile habe ich ja so die Erfahrung und dann kann ich auch gucken, dass ich das alles ganz gut zusammenschnibble für euch. So. Hi, Cherox. Und hier war auch der Fahrstuhl nach unten. Das weiß ich noch ganz genau. Der war hier unten, ne? Äh, nein, 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 nein. Fahrstuhl. Okay, da bin ich ja, äh, letztens sogar unfreiwillig reingegangen, weil ich nicht wusste, dass es ein Fahrstuhl ist. Könnte man sich zwar denken, aber irgendwie, naja. Ist aber auch echt komisch, wenn man so Let's Played. Es gibt viele Sachen, die sind einfach total offensichtlich und logisch. Man denkt einfach nicht dran. Wenn man sich irgendwie aufs Spielen konzentriert, aufs Reden, dann guckt man ab und zu auf den, äh, Computer, ob auch wirklich alles klappt mit der Aufnahme und dann vergisst man gerne auch mal irgendwas. Passiert. So. Hast du das Pokémon gefangen? Wow, danke. Der Name des weißen Friedens-Pokémon lautet Togekiss. Es ist hinreißend. Groß, aber hinreißend. Und du bist auch hinreißend, Ranger. Danke. Oder so. So, Rhythmia hier. Der Auftrag ist geschafft. Das ist wunderbar. Her mit den Power-Up-Daten. Giftabwehr. Okay. Also es füllt sich. Definitiv. So, dann würde ich jetzt ganz gerne, ähm, drei Aufträge machen, die alle recht kurz sind. Also bei dem einen oder anderen Auftrag, äh, werde ich, wird man schmunzeln, glaube ich, weil, ähm, naja. Wenn ich dann so an den Auftrag von Moritz denke oder an den von Volara oder an den jetzt und dann im Vergleich dazu die Aufträge, die jetzt kommen, das ist schon nur ein kleiner Witz. Aber ich denke, es gehört irgendwie auch dazu. Es wäre, glaube ich, langweilig immer nur so lange und ich möchte nicht nervig sagen, das ist so negativ angehaucht, aber es ist teilweise echt, ähm, umständlich. Also wenn man wirklich nur solche Aufträge hätte, ich glaube, das würde einen auch irgendwie verzweifeln lassen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das denn? Also ich finde es ganz gut, dass zwischendurch auch mal so ein paar kürzere Aufträge dabei sind. Svenja, würdest du mir einen Moment deiner Zeit schenken? Du weißt, dass mein Mann wahnsinnige Angst vor Pokémon hat, oder? Nun, ich habe endlich herausgefunden, wie es dazu kommen konnte. Letzte Nacht habe ich meinen Mann im Schlaf sprechen hören. Es stellte sich heraus, dass ein Bummels Kleinhai noch als ganz kleiner Junge eines Tages beim Spielen gekratzt hat. Er behandelte das Bummels wie eine Plüschpuppe und sprang auf seinem Bauch herum. Man kann ja über Bummels sagen, was man will, aber das hätte wohl jeden wütend gemacht. Nachdem das Bummels ihn gekratzt hatte, wurde Kleinhai launisch in der Gegenwart von Pokémon. Wenn er eins sieht, denkt er immer, es sei darauf aus, ihn zu kratzen. Ich denke also, dass eine Schocktherapie angebracht sein könnte. Ja, okay. Das ist großartig von dir. Denk daran, es muss ein Bummels sein und kein anderes Pokémon. Ich bin kein Fan von Schocktherapien, um ehrlich zu sein. Ich finde sowas immer... Nee, nee, nee. Aber sie weiß bestimmt, was sie tut. Ähm, das heißt, wir gehen zurück zur Rangerschule, denn da gibt es bekanntlich Bummels. Wir haben ja ganz am Anfang meins gefangen. So. So. Die Dip ist ja nicht weit. Gott sei Dank. Und dann kehren wir doch nochmal zur Rangerschule zurück. Das ist irgendwie auch ganz schön. Ich mag das, wenn man so an Orte zurückkehrt, wo man schon länger nicht mehr war. Vor allem mit so epischem Pokémon im Schlepptau. So. Wo ist das Bummels? Irgendwo hier. Ich glaube, muss ich das nicht erst vom Baum holen? War da nicht was? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich meine, mich gerade erinnern zu können. Wow. Dass ich es vom Baum holen muss. Weil die Frage letztens auch mal kam, warum ich jetzt Pokémon schneller fangen kann als am Anfang, liegt einfach daran, unsere Fang-Com-Power erhöht sich ja auch. Nicht nur die Energieleiste, auch die Fang-Com-Power selbst. Und dadurch müssen wir einfach weniger Kreise ziehen und dementsprechend können wir die Pokémon, die wir schon gefangen haben, leichter fangen als beim ersten Mal. Das ist recht einfach erklärt. So, dann täckeln wir diesen Baum in der Hoffnung, dass da ein Bummels runterfällt. Jawohl. Hi, Bummels. Dementsprechend brauchen wir jetzt mittlerweile auch nur einen Kreis für diese Pokémon, weil unsere Fang-Com-Power einfach so mega erhöht worden ist mit der Zeit. So. Zehnte? Ach so, stimmt. Ich habe mich gerade für einen Moment gewundert, warum das bitte schön mein zehnter Fang war von Bummels, weil wir haben Anfang eins gefangen und jetzt. Aber zwischendurch gab es ja mal einen Nachtschatten, der so viele Bummels hatte. Ich erinnere mich. Deswegen war das jetzt der zehnte Fang. Ich hatte mich kurz gewundert. Naja. Oh, Glaciola sieht so toll aus. Ich liebe Glaciola nach wie vor. Ich möchte sie am liebsten gar nicht freilassen, aber irgendwann werde ich das wahrscheinlich müssen. So. Da bin ich mal sehr gespannt auf diese Schock-Therapie. Bin mir nicht sicher, ob das so die beste Idee ist. Aber es ist die resolute Ute. Was erwartet man, ne? Die ist sowieso genial. Oh. Du hast das Bummels hergebracht. Ich danke dir recht herzlich. Papa. Warum nennt sie ihren Mann Papa? Muss ich das verstehen? Was gibt es denn? Dieses Ding. Es ist ein Bummels. Ei. Es wird mich kratzen. Es wird dich nicht kratzen. Stell dir vor, es wäre ein großes Kissen und umarm es einmal fest. Das sollte helfen. Das ist das schlimmste Kissen, das ich je gesehen habe. Jetzt hab dich nicht so. Es ist wirklich in Ordnung, sag ich dir. Wenn du dich nicht beeilst, kratze ich dich. Nimm doch nur ein einziges Mal deinen Mut zusammen. Glaub mir, du wirst deine Angst vor Pokémon überwinden. Du wirst sie liebenswert finden. Vertrau mir einfach, Liebling. Mama, du machst mir mehr und mehr Angst. Aber meine Augen bleiben geschlossen. Siehst du? Nichts. War doch gar nicht so schlimm, oder? Es... Es ist zwar nicht alles in Ordnung, aber... Es ist irgendwie flauschig. Warm. Und es kratzt mich gar nicht. Ich werde nur einmal kurz blinzeln. Es blickt in diese Richtung. Es... Es... Nun, es ist irgendwie süß. Deine Angst vor Pokémon hast du seit du klein bist, Hein. Sie begann, als sich ein Bummels gekratzt und dir eine Schramme zugefügt hat. Aber das geschah dir ganz recht, weil du auf seinem Bauch herumgesprungen bist. Das hast du letzte Nacht im Schlaf vor dich hingemurmelt. Das habe ich getan. Ich kann mich nicht an etwas so lange zurückliegendes erinnern. Aber dennoch verdient dieses Bummels wohl eine Entschuldigung. Svenja, ich schulde dir großen Dank. Ich schätze, Hein konnte hierdurch einen Teil seiner Angst vor Pokémon überwinden. Eieiei, das kitzelt, Bummels. Ach, wie süß. Naja. Ist ja schön, wenn es ihm jetzt besser geht dadurch. So. Ja, wir schlagen uns ganz gut. Würde ich auch so sehen. Bodenabwehr. Nimm ich auch dankend an. Ich finde das so toll, wie sich das langsam fühlt. Ich weiß nicht, das ist so... Ich bin ja eigentlich absolut nicht so die 100%-Spielerin, weil ich meistens nicht so die Lust darauf habe, beziehungsweise mir die Geduld einfach fehlt. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz schön, wenn man so sieht, wie es langsam wird. Ich habe ja auch so eine Checkliste, sag ich mal, was ich noch machen muss für die 100%. Und es ist irgendwie immer ganz befreiend, wenn man dann sowas durchstreichen kann. So, auch zu Hause haben wir noch einen Auftrag. Huch, große Schwester? Ich dachte, du wärst schon zu Hause. Aber was macht denn dann da oben all den Lärm? Vielleicht ein Einbrecher? Ich habe Angst. Große Schwester, kannst du oben nachsehen? Klar. Sehr bitte vorsichtig. So, das ist auch ein recht einfacher Auftrag. Dieser Auftrag ist natürlich nicht verfügbar, wenn wir beim Faxo ganz am Anfang als Partner genommen hätten. So. Denn natürlich können wir auch die Partner-Pokémon noch bekommen. die wir ganz am Anfang nicht gewählt haben. Wir hatten ja die Auswahl. Pachirisu, Starrer Lili oder Momfaxo. Und dementsprechend habe ich jetzt noch einen Auftrag, wo wir Momfaxo fangen können und einen, wo wir Starrer Lili fangen können. Den von Pachirisu kann ich euch leider nicht zeigen, weil, ne? Das habe ich ja schon. Aber somit können wir auch die später noch bekommen. Au, wow! Ich bin beeindruckt! Du hast sogar einen Einbrecher gefangen. Wie nur, es war ein Momfaxo und kein Einbrecher? Au, das war es also. Dummes Momfaxo. So ein Aufruhr wegen ihm. Tut mir leid, große Schwester. Ich weiß, du bist wirklich beschäftigt. Momfaxo, dir hoffentlich nichts aus... Mach dir hoffentlich nichts aus, meinte ich. das war eine der kürzesten Aufträge im Spiel, würde ich sagen. Yay! So, neues Partner-Pokémon. Hat es auch nicht sonderlich weit bis zur Partner-Farm. Nein, ich bleib bis zum Ende dieses Projektes von meinem geliebten Schneebedeck. So, und jetzt hat unsere Mutter auch einen unglaublich anspruchsvollen Auftrag. Und wenn ich unglaublich anspruchsvoll sage, dann, naja. Oh, hallo, willkommen daheim. Ich bin gerade dabei, deinem Vater das Essen zuzubereiten. Übrigens, dein Professor Hastings hat mir einen sogenannten Auftragscopon gegeben. Darauf steht, einlösbar gegen einen Auftrag an einem beliebigen Ort zu einer beliebigen Zeit, auf welche Art auch immer der Besitzer das möchte. Ich denke, den kann ich jetzt gleich mal einlösen. Das wäre ein cooles Weihnachtsgeschenk. Okay, hier spricht deine Mutter. Ich bin so beschäftigt, dass ich jemanden brauche, der mir das an dem Kühlschrank geklebte Rezept vorliest. Klingt das nicht nach einem passablen Auftrag, wenn du das sagst? Dann mal los. Du musst nur die Notiz vorlesen, die ich an dem Kühlschrank geklebt habe. Ja, anspruchsvollster Auftrag im ganzen Spiel. Aber das ist so richtig typisch Mutter, finde ich. Muttis Suppenrezept. Schneide leckeres, frisches Gemüse von der Partnerfarm in großzügige Stücke. Wirf diese in einen Topf mit heißem Wasser und lass sie kochen, bis sie schön weich sind. Das war's. Danke, das war schon alles, um diesen Auftrag abzuschließen. Buh. Das ist zu einfach, um es als Auftrag zu bezeichnen. Au, das ist schon in Ordnung, Liebes. Svenja ist erschöpft von der Arbeit. Total. Also, ja. Wie gesagt, man kann es nicht wirklich ernst nehmen, aber ich finde es trotzdem ganz cool mit dem kurzen, kurzen Aufträgen. Ich bin das Professor Hastings. Deine Mutter hat den Auftragscoupon, den ich ihr gab, eingesetzt, ja? Ich hoffe, dass deiner Mutter etwas Gutes getan und deine Fürsorge zu zeigen. Wie auch immer, Auftrag geschafft. Hier kommen deine Power-Up-Daten. Okay. Kampfabwehr. Wunderbar. Zack. Wobei ich hier bei dem Rezept nicht sicher bin, ob das wirklich schmeckt. Ich bin ja sowieso nicht so der Fan von Gemüse, von daher gesehen. So. Jetzt muss ich eben auf meine Liste gucken. Wir hatten Volare, wir hatten das Mädchen im Altropark. Wir hatten die Resolute Ute. Unsere kleine Schwester, unsere Mutter. Okay. Dann haben wir heute nur noch einen Auftrag auf der Liste in Hafebrück. Aber ich wollte jetzt ganz gerne erst diese drei kurzen Aufträge machen. Hm. Stehen auch schon kurz vorm Level ab. Das ist super. Also ich würde ja ganz gerne in diesem LP auf jeden Fall bei der Fankum-Energie noch auf die 100 kommen. Das hätte schon was. Mal gucken, ob ich das schaffe. So. Okay. Der letzte Auftrag heute ist auch noch ein bisschen umfangreicher. Da werde ich auch wieder so ein bisschen schneiden, denke ich. Mal gucken. so, ich muss nach ganz rechts oben. So viel weiß ich. Nein. Ähm, ich... Ach, es ist nichts. Nun, im Grunde genommen, ich habe da einen Wunsch. Albert arbeitet für die Altru GmbH in etwas Neuem. Er arbeitet daran... Er arbeitet daran, aus einer bloßen Brise eine ganze Menge Energie zu gewinnen. Er ist äußerst beschäftigt und kommt nur selten zur Ruhe. Deshalb habe ich ihm ein Lied geschrieben. Es wird ihm helfen, zu entspannen. Ich denke, darüber nach, es mit einigen Pokémon zusammen vorzutragen. Ich brauche dafür folgende Pokémon. Plaudergei, Zirpeise, Klingplim und Pummeluf. Bitte, Ranger, kannst du sie alle zusammen herbringen? Klar. Oh, danke. Hoffentlich bist du erfolgreich. Ich finde das total süß von ihr. Dieses Kramux finde ich dagegen nicht wirklich süß. Ach, der Albert. Man hätte... meinen sollen, er hätte so ein bisschen gelernt. Er hat sich ja am Anfang oder beziehungsweise während der ganzen Hauptgeschichte schon ziemlich überarbeitet. Er hatte nie wirklich Zeit für seine kleine Schwester. Aber nun gut. Plaudergei gibt es direkt hier in Havelbrück. Da brauche ich gar nicht schneiden oder sonst was. Das fangen wir uns eben. Aber für die drei anderen Pokémon würde ich schon ganz gerne einen Schnitt setzen. Zirpeise gibt es südlich vom Ranger-Hauptquartier. Wir haben uns ja schon eins gefangen im letzten Part. Und die anderen beiden Pokémon gibt es in der Stalakmiten-Höhle. Aber natürlich werdet ihr euch die Fangversuche auch zeigen, dass ihr auf gar keinen Fall irgendwas verpasst. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder mit den passenden Pokémon im Schlepptau. Dann wollen wir doch mal schauen, ob Melodia zufrieden ist. Sie stand irgendwo hier rechts oben, wenn ich mich recht erinnere. Jawohl. Oh, wow! Du hast sie hergebracht! Danke, Ranger! Melodia und Svenja auch? Und all diese Pokémon, was ist denn los? Albert, das ist für deinen Geburtstag. Ich wollte dir ein Geschenk machen. Ein Lied, das ich für dich geschrieben habe. Oh, richtig! Heute ist mein Geburtstag. Ich war so beschäftigt, dass ich es glatt vergessen habe. Nun, ihr alle habt ja gerade gehört, worum es hier geht. Möchtet ihr nicht eine Pause einlegen? Natürlich, wir sind dafür. Meine kleine Schwester hat ein Lied für mich geschrieben. Dann wäre das hier also so etwas wie ein kleiner Vortrag. Okay, ist mein Quartett startbereit? Wenn sie singt, ich werde nicht mitsingen. Das sage ich jetzt schon mal. Der Name meines Stückes ist Schlaflied für meinen Bruder Albert. auch, wie süß. Oh, wie süß. Dich? Vielen Dank, Melodia. Die Vorführung habe ich wie in einem Traum erlebt. Seht mal, selbst Svenja nickt weg. Das ist gut. Ich wollte, dass die Leute einschlafen. Sieh mal, Albert, du schläfst nicht genug wegen all deiner Arbeit. sehr schön. Sag mir nicht, dass ich jetzt hier wieder rauslaufen muss. Das ist mies. Na gut. Was kriege ich denn dafür? Lange Fanglinie. Oh, das kann nicht schaden. Verlängert die Fanglinie erheblich. Wir sehen auch jetzt, dass unsere Fanglinie maximal gelevelt ist. Also schon nicht schlecht. Ja gut. Jetzt stehe ich hier so rum. Ähm. Ähm. Ja. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Ah ne, hier ging es nach oben. Genau. Okay. Ich musste mich kurz orientieren. Ah, Absoul. Wie auch immer. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier rauslaufen. Das müsst ihr euch ja nicht unbedingt angucken. Und, ähm, ja. Im nächsten Part geht es dann weiter. Auf dem Weg zu den 100%. Denn so langsam übersicher wird es was. Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt schon, ähm, ich glaube, 10 Aufträge geschafft von 21. Also die Hälfte davon haben wir schon mal. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Finsternis über Almir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschau, Leute. Tschau, Leute.